Mein Name ist Werner Schwarz, ich bin Gastronomieleiter von der Firma Denus & Harmonie. Ich bin hier im Hause der Württembergischen Gemeindeversicherung in Stuttgart für die komplette Mitarbeiterversorgung von bis zu 450 Essen am Tag zuständig. Für unsere täglichen Herausforderungen stellt die Eigenschaft der Prima-Geräte viele Vorteile dar. Wir sind mit sechs kompletten Prima-Geräten aller Größen im Einsatz und haben seitdem eine wahnsinnige Erleichterung, was unser Handling und unsere Produktivität betrifft. Die Vorteile liegen von uns vor allem in der Multifunktionalität der Geräte. Wir können kochen, braten, frittieren, sous-vide garen. Das Gerät macht fast alles von allein. Es gibt uns die Signale, wenn wir wenden müssen. Wenn man das mit externen Leuten bespricht, die glauben das nicht. Ich sage aber, die Programme sind toll und für uns Köche, die gewohnt sind, mit Vollgas zu arbeiten, eine wahnsinnige Erleichterung. Auch in unserem Font-Cooking-Bereich setzen wir die Prima-Geräte ein. Vor allem benutzen wir das hier für unsere aller Menüte und hausgemachte Pasta-Station und natürlich für Steaks in jeder Variation, ob Rinderfilet, ob Lachs, ob frisch gebratene Garnelen. Hier sieht der Gast das Gerät und den Koch in Einsatz und kann das gute Essen schon fast erriechen und erschmecken, wenn er bei uns an den Counter kommt. Ich kann auch mit wenig Personal drei, vier, fünf Geräte gleichzeitig bedienen. Die Geräte machen sehr viel automatisch, unterstützen mich in den Kochprozessen, auch im Pasta-Bereich durch die Hebetechnik und erleichtern mir die Arbeit auch in stressigen Situationen. Für uns als Caterer, der sehr viel auf hausgemachte Produkte und Handwerklichkeit setzt, liegt auch ein sehr großer Vorteil in der Möglichkeit, über Nacht zu garen. Das Gleiche funktioniert auch im Bereich Sous-Vide-Garen. Mit dem entsprechenden Equipment haben wir nur die besten Ergebnisse, sodass wir morgens frisch gekochte, geschmörte Produkte haben, die qualitativ sehr hochwertig sind, sodass ich in allen Bereichen für jedwägliche Herausforderung, die mir täglich gestellt, bestens vorbereitet bin und allen Gerichten gerecht werden kann.